und damit hallo meine freunde herzlich willkommen zu einem neuen video aus der neuen zentrale heute geht es darum wir werden bei der susi bei der sv 650 dritte generation werden wir den ölwechsel machen ich habe dazu alles besorgt zum einen habe ich hier das fahrerhandbuch da steht alles wichtig drin auch drehmomentangaben 3 liter motor 10w 40 motorradöl motor und da ist auch ein motorrad drauf das sieht ganz ähnlich aus wie eine sv 650 ist aber keine sieht aber ganz ähnlich aus auf jeden fall wenn ihr bei ebay einfach die fahrzeugnummer die fahrgestellnummer eingeht dann kriegt ihr automatisch die passenden teile angezeigt ich habe jetzt hier einen originalen suzuki ölfilter eine lichtscheibe für die ablass schrauben und ich habe mir ein werkzeug zugelegt mit dem man den ölfilter runter und auch wieder drauf machen kann jetzt gilt es aber als erstes die sv mal warm fahren das werde ich jetzt machen ich habe hier alles schon gerichtet ich habe mir auch schon ein schraube bischen bereitgestellt aber erst wird gefahren dann das bier geöffnet weil don't drink it drive auch ein bier nicht das heißt wir lernen zuerst fahren dass wir schnell bischen trinken können so sie steht bereit und dann werde ich mich mal schnell richten und die man schnell warm fahren der follow modus das ist der beste modus von dieser kamera einfach ein eigenes kamerateam gut meine haare sehen super aus verschlitzt elm aufziehen ich fahre jetzt einfach schnell den jeans ruso nodi nur schnell fünf mal um block dass die warm ist man könnte sie theoretisch auch im stand warm laufen lassen aber abends wir haben jetzt 20 uhr 13 und das will ich jetzt meinen nachbarn nicht zumuten deswegen ja so so da bin ich wieder so jetzt war das erste ja das ist schön war das ist alles war alles war also man sieht schon dass der buchspieler was gebracht hat weil das letzte mal war der ölfilter komplett beschädigt tabellen gehört und jetzt durch den buchspieler gar nichts also der buchspieler hat den ölfilter wirklich gut geschützt so also laut der anleitung befindet sich die ölabblaschraube hier hier ist die lambda sonde und direkt links nebendran senkrecht nach unten ist die ölabblaschraube und neben der ölabblaschraube ist vom motorblock noch so ein kleiner nobsi damit kann man das ganz gut identifizieren also nicht diese schraube oder diese sondern diese ich habe das motorrad auch auf den seitenständer gestellt weil so steht es drin deswegen das mit dem hinterradheber ist zum ablassen erst einmal uninteressant so die dichtung der einfühlschraube kann man jetzt auch mal kontrollieren hier sitzt so eine kleine dichtung ob die noch ganz ist sieht gut aus passt um das öl abzulassen brauchen wir als allererstes mal ein schrauber bärchen dann brauchen wir eine ratsche mit einer 14 nanos und jetzt müssen wir nur noch irgendwas darunter stellen nein ich habe leider nicht so einen tollen ölabblaskanister ich muss mir sowas zulegen habe ich jetzt nicht deswegen nehme ich jetzt einfach mal auflauform die ich sowieso nicht benutze ich koche eigentlich nicht selber und jetzt habe ich wenigstens eine ausrede also hier ist die lander sonde so kurz zeigen hier ist jetzt die ölabblaschraube wir haben einmal hier die lambda sonde und links nebendran ist die abblaschraube und die kommt jetzt raus besorgt euch einen starken magneten mit dem ihr später mal im öl ein bisschen durchs öl fahren könnt um zu gucken ob da metall späne dran sind dann wisst ihr ob ihr viel metallreste und so im öl habt das ist ganz nett was die falsche aber für was sind eigentlich die anderen schrauben sind das so optionale abblaschrauben wenn man die einen nicht mehr aufkriegt macht man halt üben andere auf alle 6000 kilometer ölwechsel und alle 12.000 kilometer macht ihr sowieso einen service das heißt macht jeden zweiten ölwechsel selbst im idealfall und wichtig ist aber also zu wissen dass es auch so drin steht dass man normalerweise nur jeden zweiten ölwechsel den ölfilter tauschen muss ich tausche ihn jetzt aber trotzdem weil es kostet der kostet nicht viel und ja dann ist es doof hier das ist noch gut warm da ist ein bisschen viel öl drin leute hier ist etwas viel öl drin notfall ich hätte jetzt geschworen das ist das ein amateur gefunden hier das haben wir zum einen hier an der ablassschraube ist und kleinen magneten hier vorne dran die können wir uns jetzt auch schon mal anschauen ob der metall stücke drin sind ich sehe jetzt nichts ich nehme jetzt mal mein tuch eine saubere stelle und streift das mal hier ab also wenn dann sind das ganz winzig kleine mikro spänchen mikroskopische kleine spänchen die man jetzt gar nicht fühlen kann aber die so ein bisschen die färbung hier verändern da würde ich sagen aber jetzt irgendwelche metall späne sehe ich hier nicht sehe ich nicht reagiert der magnet ok ist auch heftig also machen wir die schraube mal sauber hier so eine kleine zange und damit gehe ich jetzt einfach mal durchs öl würde jetzt mal schauen ob hier irgendwas dran bleibt da ist jetzt ist das metallisches nee ich dachte ich dachte ich dachte das ist metall aber das war weich vielleicht ein bisschen öl schlamm nee das war jetzt kein metall der magnet ist sehr stark also der wenn hier irgendwas metallisches drin ist ja gut wenn 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 ich weiß jetzt nicht mehr die kolben aus aluminium sind zum beispiel dann bleibt das hier eh nicht dran hängen also nee ich kann jetzt nichts entdecken das sieht jetzt glaube ich erstmal gut aus zumindest konnte ich hier kein größeres metall stückchen finden oder so das ist zumindest schon mal schön dann haben wir hier den suzuki ölfilter schlüssel da passt hier drauf und dann wird er runter gedreht 20 minutenmeter ja das ist auf jeden fall mehr als handfest und das hat suzuki selbst gemacht ich bringe die suzija jedes mal zum service direkt zum suzuki händler und das kommt hin mit 20 minuten jetzt machen wir den ölfilter raus schön über den krümmer perfekt hallo so ein tag später mir war es jetzt gestern einfach zu spät am abend zum anzugs drehmoment und so weiter ich kenne es ja normalerweise dass man sagt ja ölfilter handfest anziehen und fertig so machen es auch die meisten auf youtube alle allerdings steht hier im fahrer handbuch vom motorrad ganz klar drin anzugs drehmoment von ölfilter ölfilter 20 newtonmeter kommt mir persönlich ein bisschen viel vor aber wenn sie so geht das hier so rein schreibt die ölablass schraube 21 newtonmeter der ölfilter 20 newtonmeter des weiteren schreiben die wenn man jetzt kein drehmomentschlüssel hat soll man den ölfilter handfest also von hand drauf drehen bis die gummiedichtung die dichtfläche vom motorblock berührt dann noch ein bisschen anziehen kleines bisschen kleines bisschen und dann mit der markierung zwei umdrehungen festziehen zwei umdrehungen festziehen oder 20 newtonmeter ich am drehmomentschlüssel deswegen werde ich das nach drehmoment machen jetzt werden wir hier mal als erstes in den ölfilter ein bisschen öl rein machen damit der das schon mal aufsaugen kann sie schreiben wenn man nur den das öl wechselt sind es 2,4 liter also wenn wir ein bisschen mehr 2,4 liter brauchen gehe ich mal von aus aber mit öl reinkriegen ist relativ einfach das öl wieder auskriegen wenn es zu viel ist das ist halt ein bisschen umständlicher aber ich habe hätte auch was zum absaugen da jetzt füllen wir das erstmal auf den filter ein bisschen viel und das zieht jetzt erstmal ins filter material ein dann wenn wir jetzt mal die alte dichtung dicht scheiben habe ich jetzt schon mal runter gedreht das ist einfach wie so ein gewinde die dreht das einfach als gewinde quasi runter und also jetzt nicht mit dem schraubenzieher herum stochen und die alte dichtung die geht klar die ist ja dann platt gedrückt deswegen die neue dichtung geht hier wunderbar drauf jetzt habe ich hier auch ein bisschen küche überrollen da haben wir die dichtfläche ich immer ein bisschen sauber machen die ablassschrauben wieder rein drehen mit dichtung das ist ein bisschen groß das war's schon einmal die dichtfläche sauber machen die ist auch nicht beschädigt das ist toll keine risse oder so der hat es komplett aufgesaugt ich werde noch einen kleinen schluck rein machen so fertig und jetzt machen wir ein bisschen was auf die dichtung die dichtfläche ist ölig einmal von hand schöner neuer sauberer ölfilter auf den dröckigen motor herrlich ja also das mit dem anlegen und festziehen und dann zwei umdrehungen das ist ein bisschen sehr ungenau deswegen ja ich halte mich da eher an die 20 newton beta jetzt muss man nur von 21 auf 20 runter stellen und so ölfilter sitzt mit ein bisschen gefummelt und gewackelt habe ich auch den ölfilter schlüssel wieder runter gekriegt hat gepasst ja gut die 20 newton meter haben sich jetzt nicht ungesund angefühlt also das kann tatsächlich in ordnung sein und mich würde mal interessieren leute welches fett oder sprühfett kann man benutzen um das schaltgestänge zu zu fetten also hier gerade diese kugel und die beweglichen teile vom schaltgestänge ich habe das letzte mal ketten fett genommen also ketten spray das ist ja auch fett was ich habe so ich habe kein ketten öl sondern ketten fett was habe ich das letzte mal genommen oder gibt es da irgendwas besseres ich weiß es nicht auf jeden fall jetzt geht es ans befüllen und dafür werde ich sie jetzt einfach auf den hinterradheber stellen dass sie exakt gerade steht öl nachfüllen es klingt gerade ich habe jetzt mal den ersten kanister schon mal rein das heißt wir haben jetzt exakt ein liter drin inklusive dem öl was jetzt im ölfilter ist haben wir jetzt ein liter ja da kommt nichts mehr raus das ist schon mal gut jetzt kommt der zweite liter den kann man auch einfach blind einfüllen da redet man von plastik verschwindung und dann macht man solche verpackungen der zweite liter schluck schluck ich finde es immer faszinierend wenn man ölwechsel macht wie durchsichtig das öl eigentlich ist und wie schnell es schwarz wird im betrieb finde ich immer irgendwie faszinierend so sieht es irgendwie aus wie honig und dann färbt man ein bisschen und dann ja da kommt es langsam das wird aber nochmal sinken zweite liter und dann noch so um die 400 milliliter von der dritten flasche das ist jetzt erstmal gut voll das bullauge das setzt sich wieder und das setzt sich wieder setzt sich nicht mehr so wirklich ne ok es ist schon gesunken also nochmal ganz kurz nachgelesen zur sicherheit die 2400 milliliter 2,4 liter beziehen sich auf die menge die man rein kippen soll wenn man nicht den ölfilter wechselt wenn man den alten ölfilter behält wenn man den ölfilter mit wechselt steht ja dran füllen sie 2750 milliliter frisches öl ein also gehen wir hier auf dass wir am ende noch 250 milliliter in unserer flasche haben das heißt wir können noch ein bisschen was rein kippen und das letzte mal war es ja auf dem hinterrad heber ein bisschen über max ungefähr zwei millimeter über max weil der ja jetzt auch ein bisschen vorne höher steht ist ja logisch hinten ein bisschen höher steht das müsste jetzt passen so kleine inspektion die lief jetzt so drei vier minuten warm und stand da noch einige minuten wieder zum abkühlen und also ölstand ist jetzt perfekt auf maximum hier oben ist dicht da ist nichts rausgekommen auch hier auf dem boden kein öl ölfilter sieht ebenfalls dicht aus hat jetzt alles ein bisschen gedampft weil der krümmer da waren noch ölreste am krümmer ich hätte den krümmer mit bremsenreiniger ein bisschen sauber machen sollen werde ich jetzt nachher noch nachholen wenn alles kalt ist den bereich hier nochmal mit bremsenreiniger dass es nicht unnötig dampft beim fahren sieht aber gut aus auch die ölablassschraube ist dicht hier ist kein öl und da ist auch dicht sieht also gut aus ja morgen eine kleine probefahrt machen ölstand kontrollieren ich werde vielleicht morgen zur probefahrt einfach ein bisschen öl mitnehmen aber das sieht gut aus und ja damit war es das mit dem video ölwechsel bei der sv650 ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja lasst ein like und ein abo da würde mich echt freuen macht ihr euren ölwechsel auch selber oder lasst ihr das generell immer machen also ich werde das so machen ich bring die ja alle 12.000 km zum service da soll natürlich die werkstatt den ölwechsel machen und zwischendrin mache ich den ölwechsel dass wir auch diesen intervall von 6000 km immer einhalten das war es mit dem video haut rein ciao mit v yo schaus ö